hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge verreggfest und meine w-taste geht nicht jetzt geht es oh schön schön also wir haben dreimal diesen battle bus hier drin dreimal battle und die w-taste ist am arsch moin oh das sind aber heftig mitgenommen ach warst du das was nein 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 aber ich habe nach hinten gesehen diese kurve kann ich auch nein ich bin ego hilfe ego ja da ist so ein derby man 27 ich bin falsch gefahren scheiße und da kommt mir jemand entgegen wie kannst du da falsch fahren ja ich dachte ich wollte anders fahren hallo hallo ich habe da so links ja rechts diese kurve alter rechts das war wirklich eine rechtskurve ja ich habe aber links gesagt das habe ich nicht gehört aber gut ich bin links händer links händer haben links rechts schwäche links händer ich weiß schlimm nein aber ich hab nicht gewusst links händer ist kacke wieso weil als links händer hast du nur nachteile sitzt du mal in der schule links neben einem mitschüler der rechtshänder ist das nennt man auch ellbogenkrieg oder auch college kennst du college blöcke ja auf welcher seite haben sie diese diese ringe links wie soll ich damit schaden direkt mit der hand auf den regen oder auch tinte verschmierst du direkt hinterher also du gehst ja direkt mit der handen über die farbe also über deine tinte was du geschrieben hast die hand ist danach blau also kacke ihr fährt ein bus in die gegend entsetzte richtung ja da ist ja ein bisschen schlecht leute warum wollte mich denn alle hops nehmen ich bin hier im battle bus ich will hier plätze machen ich bin neunter das ist ein bisschen schlecht ich bin fünfter jetzt wahrscheinlich nicht mehr nee da bist du ja ich bin gegen einen baum gefahren bin von der strecke sollte man nicht machen ach quatsch au der rammt mich ja arschloch seitlich auf zwei rädern gefahren ja das mit dem bus schon schön ja das kann nicht jeder und die kurve die war exzellent genommen hier mann ist das gerade spannend hier ja absolut bis zuvor mir und jetzt kommen wir sind alles an bord ich bin grad echt ich habe wie warum woher habe ich denn nur die 20 leben werden wir denn hier so geburt das ja weil ihr habt jetzt nicht so das gefühl ich so stark hier irgendwo gequatscht bin ja gut das ein oder ein das ein oder andere meinen die wandel dann die ein oder anderen wollen aber sonst war das doch halbwegs erträglich ja sieht fast super aus der bus hast neu sehr gut da kann ich nach dem rennen noch als fast nicht benutzt verkaufen genau als gebrauchtwagen oh mein gott man maximal kann ich siebter werden das doch schon mal das ja der rest schon tot ah ja und ich fahr ja noch ja also schon mal ganz gute sache oh ich muss ja bremsen bei einer kurve was macht denn da halt aua der erste hat mich überrundet das ist ja ganz schön krass warum bist du die bande rein wandel es gibt keine band so jetzt fahr ich hier mal ach du scheiße was das denn ich war so schlecht ich war so schlecht ja das sehe ich bis drei sekunden hinter mir bus müde hast der ist schon fertig wieso ist der schon fertig und ich nicht wäre ich auch noch nicht busfahr müde oh da kommt ein stein oh dieser stein hat wir getan ach du scheiße ich muss noch eine ganze runde ja ich auch warum bist du noch ich bin habe gerade mich auf den kopf gelegt und du bist nein ich habe trotzdem nicht mehr herangekommen ja reifen reifenschweif man 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 20 sekunden wo ich noch überleben dann habe ich so kann ich nicht sterben ich habe noch ein leben und ich habe ein reifen weg ich kann so nicht fahren ja egal ich sehe dich ich bin hinter die ich konnte einfach gar nicht lenken ich habe dich überrundet du hast mich einfach überrundet so schauen wir ich wollte dir noch zuschauen dann ist schon fertig ich habe fast die zielgänge erreicht man war das bescheuert uuuhh schön xp so nächste runde neue runde hier neue runde neues glück wir legen los ja genau das ist nicht gut äh lkw der hat mir auch direkt gebumst der lkw sehr schön sehr schön jetzt muss die polizei aber mal in kurve nehmen und mal gucken ob da vorne irgendwelche ordnungswierigkeiten sind ob da alle sich an den abstand du bist übelst in die wand gefahren was du bist übelst in die wand gefahren ich habe es genau gesehen ja ja ich bin mit der geschwindigkeit noch nicht in the game noch nicht so ne warte wahrscheinlich ah die kamera war falsch oh nein mein auto überschlägt sich was ist denn das keine scheiße hallo w drei sekunden warten bis ich zurückgesetzt werde ah da bist du ja seh dich ich bin aber auf platz 4 du du honk ja ich bin auf platz 5 und ich bin schneller als du schau mal wie ich hier komme ach nein ja wo kommst du denn ja ich seh dich in meinem rückspiegel aber auch nur ganz klein ja ich komme gleich wieder ich bin schon auf dem weg aber das ist ein lkw ich bin auf platz 3 mein freund ich bin auf platz 5 dein freund und helfer ist auf ja aber das ist noch nicht mal treppchen 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 ja das ist auf dem weg dahin warum überholt mich ein lkw ha ha der hat mich gebetet oh mein oh was mache ich hier ich habe gedacht ich kann abkürzen das ist das schlimmste der hat mich sowas von hops genommen der lkw dann habe ich komplett die kurve vercheckt ok dann nehme ich jetzt den lkw hops oh ne das ist der blaue ja aber ich habe den anderen hops genommen ja aber der ist kein idiot ja jetzt nimm mal den frank 32 bitte hops ja ähm ich versuch's oh ja ich bin demoliert jungs wie sieht's aus gut wunderbar ich habe mal kurz meine kollegen begrüßt sehr gut service aber sehr nicht nicht so gesprächig und die hatten keine maske auf das ist mal aufgefallen die müssen schon eine maske anziehen so wo bist du denn ich bin schon tot übrigens ja habe ich mir gedacht als du gesagt hast ich bin demoliert ja ich weiß nicht wie ich auf diese verrückte idee komme oder Marcel meint einfach ich würde mir wünschen wenn man hier so lichter anmachen kann im Wreckfest so lichter das wäre schon nice ich habe ja eine sirene auf dem dach ne kennt man glaube ich kaum wäre halt cool wenn ich halt da blinklicht also wenn die funktionieren würde das wäre schon nice oder was auch noch nice wäre wenn es so Rennen in der Nacht gäbe ja das wäre auch nice ja wäre alles nice während Schnee rennen ist nicht nice das wissen wir beide ja das ist absolut trash es rutscht einfach wie und ich denke mir ist das rennen oder weil irgendwie habe ich nie komme ich da nie über 100 km h das ist nicht so gut beim rennen ich komme irgendwie nicht von der Stelle vor allem bei diesen Demolition Derbys brauche ich halt 10.000 Jahre bis ich überhaupt Geschwindigkeit habe und dann funktioniert meine crashen rücksetzt Taktik nicht das ist natürlich blöd und dann habe ich immer nur bei den Demolition Derbys so ganz knapp noch Bronze geschafft ja Arschloch oh der dreht dich ja raus Arschloch ja da musst du nein da ist ne Wandel oh aber du lebst noch das ist etwas du lebst noch wäre da keine Wandel gewesen hätte ich den glaube ich volle Kanne mitgenommen ja den hättest du aus dem Leben genommen der wäre nicht mehr gekommen welcher war das ist das der Lord Keyboard Inc ja ne kann sein ich glaube schon alles klar ich glaube ich fahre da nochmal rückwärts das letzte Stück ich habe da nämlich noch eine offene Rechnung ja das ist er nicht der aber ne nein der ist es auch nicht achso nicht der der nächste der da gut jetzt zu Ende schöne trennen mhm schöne trennen äh interessant ich hab mal ne lustige warte ich schreib mal ich schreib mal das in den Chat wer ist German wer ist German was der Englisch ja ich merke es da war natürlich Absicht ich weiß auch dass das ja natürlich natürlich ha ich hab meinen Spaß da das ist dein German ich will mich hören die anderen Leute werden sich freuen hat schon jemand geschrieben oder ja resistent ignorieren sie uns so ich hab euch mal kurz den Chat eingeblendet Leute damit ihr mal so ein bisschen wie reingehltet ja gut ich hab da Gott sei Dank noch kurz vorher den Chat ausgeschaltet Mensch W fahr doch nicht ging nicht ja oh Kurve voll vercheckt ich vercheck mal diese eine Kurve welche ja die berg hoch und dann vor dem Sprung ah und dann mit Santa nach da fahr ich immer komplett geradeaus und denk mir ach scheiße das ist ja eine Kurve verdammt das ist natürlich blöd aber irgendwie ist heute nicht so richtig hochfest feeling ich hab mich noch nicht einmal richtig aufgeregt ja das geht ja gar nicht wichser haben wir das schon mal abgegangen das müssen wir noch ändern ja sehr gut eine Beleidigung mit einem ah da bist du ja hallo hast grad den Bus gesehen der hat sich hingelegt ja hallo hast du gerade dich gesehen ach schön schön oh oh nein nein danke W du hast mich demoliert sehr freundlich aber ich hab dich getötet ja das freut mich freut mich ja mich nicht ja mich schon eben wo bist du da ich bin grad hier so am springen ja wow schön das war gar nicht schön da L10 was kannst du eigentlich äh gar nichts ja aber du bist schon du musst gar nichts sagen du bist schon lange draußen ja wegen dir wegen dir du dreht muss boom Ende ja das ist eine schöne Geschichte ja ich muss sagen oh bei mir ist ein bisschen gelag das ist nicht schön ja lag ja lag weg mit dem lag lag ja neunter schon ne es läuft gut es läuft gut auf jeden Fall ja ja was machst du zu eigentlich schaust du mir einfach zu ja was soll ich was soll ich sonst machen ja keine ahnung ja ich auch nicht ich kann mal die freier kann das hat sich immer cool hoch da kann es so überall rumfliegen ich weiß das doch noch nicht oh Gott das macht Spaß hui looping hui 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 schön schön links rechts links rechts und links hui so wer sieht hier wer ist auf Platz A wo ist hier ich bin es nicht und so oh der Typ tut mir auch leid hui 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 so wo ist ein W da ich hab grad so einen Typen gekillt da ist er ich hoffe das ist in Ordnung hui 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 so da ist W da fährt er ja eine wunderschöne fahrposition hat W auf Platz 6 mittlerweile ja da springt er über alle Autos rüber dann sieht er da fährt er in der Feuerwehr bei apropos Feuerwehr haben die eine Maske nein na die Fans haben auch alle keine Masken was ist denn das mensch 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 da ein wunderschöner Drift in die Leiche hinein ja das ist absolutes Kino ja schöner Disperspekt dann der Sprung und in den Bus fast aber dadurch driftet er zu weit und geht in die Landschaft hinein was ist denn das hier das kann ja gar nicht wahr sein und ich habe eine schlimme Kameraführung da biegt er auf den Sprung an und er springt ganze 70 80 Meter die Kurve verbrenzt da total viel zu weit innen und viel zu langsam ja geht gar nicht als ob der mit ABS nicht fahren könnte ich habe gar keine ABS an gar nicht glaube ich dir nicht diese Autos nein das habe ich aus glaube ich dir nicht das habe ich sowas von aus ich schwöre dir hast du nie im Leben sowas von habe ich ABS aus ich schwöre dir nie im Leben hast du ABS aus safe ich kann nachschauen ja schau mal nach halt mal an und schau mal nach ja ja mach ich ja Einstellungen ja ja wo ist ABS das musst du immer vorm Rennen einstellen ja ich weiß schon aber Schwierigkeit Schwierigkeit da gibt es gar keine Schwierigkeit doch gibt es war schön dass du angehalten hast ja ich weiß ich bin nur noch 5 was geht denn ab ja das reicht nicht was machen die bitte vielleicht in eine Leiche fahren und nicht nur streifen wie du ja wie viel Schaden hat das gegeben ja hab nicht drauf geguckt keine Ahnung und schon wieder ein totaler Verbremsfehler und da er steuert auf den Sprung zu und schöner Absprung wunderbare Landung das waren sicher 90 Meter hier die Kurve viel zu weit rauf gekommen man 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 das war jetzt aber absolut die Ideale nicht dann hier viel zu weit innen Kurve geschnitten das gibt Plus das gibt Strafpunkte dann der Mini Hopper der Mini Hopper und danach die Kurve und dann knapp an die Autos vorbei hier wieder an die Feuerwehr vorbei und er biegt jetzt auf die Zielgerade ein und fährt durch das Ziel in wenigen Augenblicken und damit ist W Perfekt sicher auf dem vierten Platz ja und damit schalten wir zurück auf die Rennstrecke ja äh ich komme gleich wieder ja da habe ich etwas verjessen da ich will die da 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 das da 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 das da da halb 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 stehen du okay dann muss schauen schwierigkeit schwierigkeit schaltung automatik abs aus traktions kontrolle aus stabilitätskontrolle aus krass und dass du dann nicht unter überdreht krass hätte ich nicht gedacht weil ich da total mal überdrehe ja ich bin eben der profi ja das bin ich einfach glaube ich dennoch immer nicht aber egal ja das wirst du irgendwann noch glaube ich spiele mit tastatur du auch oder ich spiele aber gleich wir gleich noch mal eine folge machen spiele ich mit schaltung also schalte ich selber das wird sich scheuert ich werde trotzdem immer mit halb also halb ich komme mit diesem ohne noch nicht klar ich bin dazu blöd für aber trotzdem bin ich ja genauso schnell wie du ja das ist ja gut so möchten wir mal ich muss aufs breit sitzen ich muss ja sehr schön ja ich hab mir halt ein gutes server ausgesucht ja der ist perfekt dann war noch nie drin 4 4 ist 4 4 4 4 der reis und wir drehen auch schmiedel ist vierte wäschel so wir müssen innen fahren in bremsen nein das war schlecht egal das war mit 32 leben also die oben ein gott ist gut eine kleine kollision hier bei den leuten oh mein gott er hat mich gedreht ich bin auf der strecke in der mitte auf der kreuzung demoliert ich mache ich fast ich fast habe 30 leben noch mann gibt das wo ist der da bist du schon weg der ist schon weg ich bin ja schon demoliert hat gesagt ja ja so warte mal die gerammkamera ich muss da jetzt in der schnittprogramm dieses w weg hin also jetzt links links ja ein bisschen tippel 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 jetzt wieder beschleunigen ja dein namen kannst du auch die namen kannst du auch da kann ich wo ist mein mauszeiger ich hab mein maus wieder verloren da ich hab nur noch elf leben echt gut genommen die kurve jetzt wieder raus beschleunigen bisschen links wieder ja 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 und da brennt ein auto ja schön schön ah diese kurve haus ich weil es einfach schlimm ja da habe ich mich leicht verlenkt war noch gut gerettet habe ich so jetzt wieder beschleunigen gut beschleunigen aus und hier die sprünge mit er jetzt so ein bisschen nach außen und damit man jetzt in lenken ja ja wo mein gott was passiert leider in bord steinkern mitgenommen da nehme ich noch den anderen fahrer mit richtig weggenommen und jetzt bin ich auch demoliert hat man gar nicht gemerkt oder dass das nicht wahr nein 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 die haben alle gedacht dass du das bist naja und damit würde ich sagen ich war der erste demoliert war ich bin sogar achtzehnter geworden ja traurig wenn du jetzt noch fahrer ist wird es ja mindestens vierzehnter belastend und damit würde ich auch sagen vier rennen reichen für eine spannende fantastische folge heute mal ein bisschen entspannter keine lieder wie ich angekündigt habe ich singe ja nicht mehr dass man während speilig denn was heutzutage auf 99 9000 verdrückt sagt besser neulich neulich lived immer wieder corporate theater beinhушки erleben und man hat genauso weil es hat geldte die die gebote sie be逃永 innen divisone habe ich vergessen das Cole der video beschreiben Perfekt Steht dann unter Weiß ich nicht Verlierer Zum Verlierer Oder zum schlechteren Fahrer Zum schlechten Loser Ja genau Alles steht natürlich dann Perfekt Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder mit W Und damit noch Tschüss und Miau Ciao